Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr die einfachste Methode, um Zeitunterschiede in einer Excel-Tabelle zu berechnen, kennenlernen. Bevor wir starten, nehmt euch einen kleinen Moment, um unser Video zu liken und unseren Channel zu abonnieren. Ich habe hier also eine Excel-Tabelle, welche mir anzeigt, wann ich angefangen habe zu arbeiten und wann meine Schicht eigentlich beginnt. In der ersten Spalte sehen wir das Datum, in der zweiten den Schichtbeginn, in der dritten meine Anfangszeit und in der vierten schließlich die Differenz, welche wir noch herausfinden müssen. Es ist sehr wichtig, die Zeiten so zu schreiben, dass Excel sie versteht. Das heißt Stunden, Minuten und Sekunden werden mit Doppelpunkt getrennt. Ihr könnt sehen, dass alle Zahlen rechts angelegt sind. Das zeigt uns, dass Excel diese Nummer im richtigen Format erkennt. Als Beispiel, wenn ich hier schreibe, und hier, dann seht ihr, dass 123 als Nummer erkannt wurde, während 123 Kilo links bleibt. Um das noch weiter zu veranschaulichen, wenden wir ein bisschen Mathematik an. Wenn wir hier im Feld plus 10 eingeben, funktioniert das einwandfrei. Versuchen wir das aber hier, bekommen wir nur eine Fehlermeldung. Das Format ist also ausschlaggebend. Wenden wir das also auf unser Beispiel an. Differenz gleich Anfangszeit minus Schichtbeginn und wir erhalten zwei Minuten. Das klappt wunderbar, solange es auch wirklich eine Verzögerung gibt. Komme ich allerdings vor dem geplanten Schichtbeginn an, erhalten wir erneut eine Fehlermeldung, denn Excel zeigt uns keine negativen Zahlen an. Um das zu umgehen, markieren wir alle Felder, klicken auf Zellen formatieren und speichern diese nicht als Zeit, sondern als Nummern. Wir klicken auf tausende Trennzeichen verwenden und fügen ein paar Dezimalstellen hinzu, um alles noch weiter zu veranschaulichen. Unsere Zeit wird uns hier als Tag angezeigt. Zwei Minuten sind also 0,0014 Tage. Um das in Minuten zu konvertieren, klammern wir Schichtbeginn minus Ankunftszeit ein, damit es in unserer Rechnung Vorrang hat und multiplizieren es mit 24 für die Tage und anschließend mit 60 für die Minuten. Und so erhalten wir zwei Minuten. Jetzt kann man das hier runterziehen, um dieselbe Rechnung auf die anderen Zellen anzuwenden. Und ihr seht, wir haben überall die richtige Differenz erhalten. Hier oben können wir noch die Dezimalstellen entfernen, welche wir nicht benötigen. Jetzt können wir noch die Maximalwertrechnung machen. Wir geben hier einfach ein und ziehen alle Felder nach unten. Dasselbe machen wir für den Mindestwert. Und zu guter Letzt berechnen wir noch den Durchschnitt. Und das war es auch schon. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.